Boah, warte, ich muss an Automaten für Energy bezahlen? Was ist das für eine Schweinerei? Ich hab euch das scheiß Leben gerettet und ihr kommt mir hier so undankbar oder was? Irgendwas müssen wir hier machen. Hier muss immer ein Schlüssel sein. Ah, ich hab den Schlüssel, Hafenschlüssel gekriegt. Hier muss man auch mal was suchen. Nicht nur ballern, das kann jeder. Rollenspielelemente, verstehst du? Wow. Ach guck mal hier wieder so ein fett Arsch über die Lände hängt. Ach Mensch, wird scheiß Feuer immer. Aber die Zombies sind auch ein neuer. Das sind andere Modelle, oder? Das kommt denen nur so vor. Das kommt denen nur so vor. Die sehen ein bisschen anders aus. Ich hab grad so ein Flashback irgendwie. Wo wir durch die Kirche, äh aus der Kirche raus sind und dann los gehts und alles zerballern. Ach ja. Damals, Dead Island 1. Das waren noch Zeiten, wa? Dead Island 1. Damals, im Krieg. 19.4.4. Damals hatte man auch noch Ziele und Wünsche in Dead Island. Richtig. Aber jetzt? Jetzt versucht man damit zu leben. So wie es ist. Die Runner haben wir früher auch immer aufgeregt, ne? Wenn die immer so an die Rand kamen. Ja. Und dann mit nem Messer, was dann direkt kaputt war. Und jetzt marschieren einfach hindurch. Zwei, drei Schläge und das war's dann. Ah. Das ist gar nicht. Also die Zeiten sind vorbei, ne? Die Zeiten sind vorbei, ja man. Danke Hacker, falls du dieses Video hier siehst. Vielen Dank. Very much. For big rappen. Also wenn ich hier rumballer, werde ich irgendwann nochmal zu dem Punkt kommen, wo meine Position alle ist. Ich glaube, die geht nicht mal alle. Doch, die wird ja mal weniger. Ja, aber guck mal, wie viel du hast. Du hast... Zum Beispiel, ich hab... Weiß ich nicht. Über eine Milliarde Schuss. Ja, wer weiß. Hallo? 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 Dammit! Schon wieder Ener braucht Hilfe hier. Ah, die waren auch immer eklig, wahr? Weißt du noch? In der Enen Stadt. Wo die an Dauer rumgerannt sind. Au, au, au. Mann, 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 Mann. Da mussten wir sie noch von hinten töten. So wie Anfänger. Und jetzt... Da hat er einfach drauf geschossen und dann ist Ruhe. Im Karton. Da war so ein Ohrwurm, ja? Ja. Na gut, war ja auch recht hübsch anzusehen, ja. Konnte man jetzt nicht sagen, dass das dicke Ärsche waren. Doch, das sind andere Modelle. Guck dir doch mal den an. Der ist hier neu. Der ist fett und hässlich. Der sah aus wie Costa Gondales. So in etwa. Nur ein bisschen dicker. Guck mal da oben, da kommt nochmal Costa. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch Hightower hier von Polizei Academy. Das sind andere Modelle. Guck mal, was ist das hier? Ah ne, du hast den Kopf abgeschossen, ne? Ne, da fehlt doch was. Da fehlt der ganze Oberkörper. Wer es findet, darf es behalten. Was? Gesellschaftler. 10.800 von 18.000. Verlassen. Mann, ey. Was man hier nicht alles so freispielt. Ich komm, ich komm... Ja. Ah, schöner Augenblick, ja? So ein schwarzer Arsch. Hör auf, runter meine Rucksack gucken. Ich scheiße gleich auf den Kopf. Da, wo eigentlich was hängen sollte, da ist nur ein blauer Kreis gewesen. So. Ihhh. Mehr war da nicht. Mehr war da nicht. Oh, sag... Nein! Schon wieder so ein Lager? Tatsache. Säubere das Gebäude. Du bist schon unten drinnen, oder? Ja, na klar. Bist schon wieder fleißig am Schießen, wa? Okay, das ist aber immer hübsch, ja? Was ist das hier? Chinesen. Was? Chinesen? Hey! Was denn? Hier ist irgendwas drinnen. Ja, viel Spaß. Das klingt nicht gut. Ungebetene Gerst. Okay. Alle Judendinge sind drei. Oh mein Gott! Hallo! Lock mich nicht! Okay. Ein Kino. Wir haben jetzt hier ein Kino. Ist auch schön, oder? Ja. Oh, das Kino. Errungenschaft. Das Kino. Hä? Wie sollst du die aufbekommen? Habe ich die aufbekommen? Ja. Lol. Hä? Ich habe gerade sieben Errungenschaften. Was soll das denn? Mann. Da musst du dich wohl noch ein bisschen ins Zeug legen. Gemein. Dam, 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 da, dam, da, dam, da, dam. Was in der Blaue hier? Ey, Cornflakes. Ich habe Cornflakes gefunden. Meins? Das ist Bleiche. Ey, du Arsch. Ach, Bleiche war das. Ich dachte, das wäre ein Cornflakes. Er klaut doch mir einfach meine Cornflakes. Du bist eine Spinne. Wollen wir machen. Was machst du eigentlich hier rum, Jacqueline? Phantom. Phantom der Opa. Sehr kreativ Entwickler. Sehr kreativ. Kino und Phantom der Opa. Mann, Mann, Mann. Schön dreckig hier für ein Kino. In der ersten Reihe sichere den Vordereingang des Kinos. Machen wir mal. Oh nein, nicht so wieder. Dum, 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 dum. Was haben sie denn hier eigentlich für Filme gezeigt? Mal gucken hier. Plakate sind ja hier. White dead. Weißer Tod. Okay. Und? Was ist das hier? Irgendein Monster. Was ist da hinten? Superfly. 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 Kennst du den Film? Der soll gut sein. Nein. Achso, hast du schon? Ah, es fährt runter. Ah. Sollen wir jetzt runter oder hoch? Hoch, ne? Oh, hier sind noch paar Firme. Dirty Money and Dirty Tricks. Oh, Dirty Tricks. Oh. Okay, das sind die drei Firmen, die man, oder vier Firmen, die man hier zur Auswahl hat. Hier ist noch eine Karte, wird wahrscheinlich Schnellreisefunktion später werden. Palani Island. Wir sind auf Palani Island. Wie hieß das erste nochmal? Wie hieß das denn nicht mehr? Nö, weiß ich wirklich nicht mehr. So, und was ist jetzt unsere Mission? Achso. Ah, ne, that is always sold. Popcorn? Wo ist Popcorn? Hier ist Popcorn. Oh, what are we doing here? Ich wusste ja eigentlich, dass im Drucker Batterien drin sind. Diamant, ich habe ein Diamant hier vorne. Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Hier? Hier, Lacker. Ja. Achso, du bist schon hier am... Warte auf anderen Spieler. Okay, wir sind da. Ja, ich bin auch da. B um Stellreisegruppe heißt. Ach, hier muss man hin. Hä? Hä? Gibt da keinen Sinn. Ja, haben wir. Man, man, Jacqueline, Junge. Komm mal, klau auf dein Leben. Das ist ein Problem. Du kannst da gehen. Wenn du mehr Informationen brauchst, sprich mit Cecil. Du kannst da gehen. Die Gebäude ist klar. Und eine andere Seite. Also, die Stadt ist nicht groß. Habe ich schon mal geguckt, eben auf Karte. Wir haben schon fast alles entdeckt. Geil. Danke nochmal, dass du mich geschehen. Ich dachte sicher, dass ich nicht überleben würde. Es sieht aus, wie du alle ein Platz nutzen könntest, um zu heilen und zu resten. Stopp. Das ist hoffentlich. Wohin gehen wir schon da? Na, zumindest haben wir hier einen Ruf über unsere Hände. Als die Pläge erst aufsteht, hat jeder noch. Ich dachte, dass die Autosien irgendwann kommen würden. Ja, wer weiß. Ich war überraschend über die Looters. Ich wusste nicht, dass es das letzte von meinen Worten wäre. Alles, was ich habe, ist in diesem Theater. Ich konnte es nicht behalten, es hinterlassen. Aber jetzt, nach dem alles, was passiert, was passiert. Ich würde gerne mit dir gehen. Du bist willkommen zu kommen, aber keine Veränderungen. Wir sind alle in dem gleichen Boot hier. Und so wie ich kann kann, dieser Sonnabend ist sinkend. Okay, die brauchen wieder ein Boot, ja? Oder? Oder hat er etwas anderes gemeint? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Radio ist der Radio. Ich weiß nicht. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Militär hat diese Stadt geöffnet, und alle in der Stadt. Sie haben sich in dieser Basis. Jeder, der vorbeigeht, jeder, der für Hilfe war, wurde getötet. Nach einem Zeitpunkt, die Leute zu versuchen. Blödy heroes, eh? Jesus. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Sure they would. Just like they did in Benoit. Just like Norlitz. Man, that's just how it works. Is Harlow here? I thought she was with you. Who saw her last? I... I thought... We ran like crazy. I thought she was with us. Fuck! You left her behind. Just like you leave us all. Jesus Christ, woman. Get a grip. Or what? You gonna hit her? Chima is right. All your immunes are getting a little crazy. How? What the hell are you saying? You don't trust us now? Well, maybe we don't fucking trust you. Everybody, just calm down. It's the chemicals. The mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Come on people. We've gone too far to give up now. Stay here while you check the base. If the guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. We're leaving no one behind. Okay. Boah, das ist lange gedauert. That woman has some explaining to do. Aber, die sind sich fast anagogen. Und äh, ich meine, was erwarten die eigentlich von uns? Wir retten denen hier den Arsch. Wir machen und tun alles, ja? Was haben die uns getan? Oder was haben die uns dafür gegeben? Ein Haufen Scheiße. So eine schwule Axt geben sie uns dafür. Kannste voll vergessen. Ähm. So und jetzt vertrauen sie uns wohl möglich nicht mehr. Aber da, ich meine, wir können da drauf scheißen, ne? Ja. Wir kommen ja hier weg. Okay. Wenn die Soldaten zu versuchen, sag ihnen, dass ich euch schreibe. Wie ich gesagt habe, der Kommander, Colonel Briggs, ist ein alter Freund von mir. Wenn du ihn findest, geh ihn auf den Horn und ich spreche mit ihm. Er wird uns helfen. Bereit zu gehen? Ne, was sollen wir uns sonst machen? Seid ihr bereit? Ne, sind wir nicht. Ne, ne, wir tun nur so. Jo. Jo. Die Militärin Kurva dabei dabei. Kommen wir denn hier raus, oder? Keine Ahnung. Ich geh mal weiter nach unten. Was hast du eigentlich nicht gebracht? Doch. Von draußen. Okay. Bist du hier rüber gesprungen? Ja. Warum komm ich hier nicht rüber? Ah, jetzt. Okay. Oh Mann. Warum müssen wir eigentlich den verkackten Hintereingang nehmen hier? Das war unser ja nicht würdig. Haha. Moment night. Das war jetzt mal Lisa dit.